Hallo, hallo! In diesem kurzen Video stelle ich dir 10 einfache Tipps vor, wie du deine Facebook-Seite nutzen kannst und im besten Fall natürlich auch deine, wie es so schön heißt, diese Gefällt mir-Handraben steigern kannst bzw. die organische Reichweite steigern kannst. Schau dir das Video in Ruhe einfach an, kannst es auch nebenbei laufen lassen, während du arbeitest und wenn du Lust hast, kannst du natürlich auch gerne den Blog-Eintrag dazu lesen, den verlinke ich unter dem Video. Also, los geht's! Tipp Nummer 1. Nutze Facebook. Viele besitzen Facebook, viele besitzen ein Facebook-Profil und durchaus auch eine Seite, nutzen es aber nicht. Das heißt, es werden irgendwelche Inhalte gepostet, es wird irgendwas gemacht, aber einfach nicht damit gearbeitet. Facebook ist ein Programm, wie viele andere Tools auch. Lerne damit umzugehen und nutze es. Tipp Nummer 2. Den Infobereich ausfüllen. Okay, jetzt mal kurz zusammengefüllt, aber es ist einfach ein Klassiker. Eine Person erstellt eine Facebook-Seite oder vielleicht machst du es selbst ja auch so und die Seite ist erstellt, es ist gerade mal, so wie Facebook es vorgeschlagen hat, das Profilbild hinterlegt und das Titelbild hinterlegt und der erste Schritt ist dann Leute einladen und in X-Gruppen teilen und was auch immer und dann das, ja, ich sag mal fast betteln, bitte hinterlasst mir ein Like auf meiner Seite, ja. Finde das nicht gerade okay, beziehungsweise auch nicht sehr hilfreich und sinnvoll für deine Seite, ja. Nutze wirklich die Facebook-Seite und fülle sie erstmal mit Informationen. Ordentliches Profilbild, ordentliches Titelbild, erstelle mal circa fünf Postings, die zu deiner Seite auch passen und ja, fülle auch vor allem den Infobereich aus. Hier kannst du deine Webseite hinterlegen, deine E-Mail-Adresse, eine kurze Beschreibung zu deiner Firma, wenn es auch passt, deine Adresse hinterlegen, Telefonnummer und so weiter und so fort. Das reicht mal vollkommen. Freunde musst du hier noch gar nicht wirklich einladen. Du benötigst am Anfang, ich glaube im Moment so circa 25 Freunde, um deinen Username, beziehungsweise die Adresse deiner Seite zu ändern. Dann 25 Personen kannst du einladen, von mir aus auch 30, damit dann wirklich 25 Gefällt mir drücken auf deiner Seite. Hier wählst du aber wirklich Personen, die, ja, von denen du mal annimmst, dass sie einfach mal Gefällt mir drücken, ja. Ansonsten kannst du diese Personen auch einfach anschreiben und sagen, du baust gerade deine Seite auf, bitte drückt Gefällt mir, weitere Infos folgen dann auf der Seite. Punkt Nummer drei, markieren und teilen. Das wird sehr oft vergessen. Ein Foto posten oder einen Text zu posten ist mal das eine. Aber markiere auch Personen auf diesem Bild, die daran auch beteiligt waren oder die dort auch abgebildet sind, ja. Das sorgt einfach dafür, dass dieses Foto dann im besten Fall auch in der Chronik dieser Person angezeigt wird und, ja, somit wieder anderen Personen ersichtlich gemacht wird und diese dann im besten Fall auch wieder auf deine Seite kommen. Via App, also via Facebook App und Seitenmanager funktioniert das nicht immer so optimal. Macht ja nichts. Das kannst du ja auch später machen. Das heißt, poste einfach mal dein Foto, teile es vielleicht in deiner Chronik oder in einer Veranstaltung, wo du gerade teilgenommen hast oder sonst wo es sinnvoll ist, ja. Und wenn du dann wieder stationär bei deinem Notebook oder PC bist, dann kannst du ja Personen markieren. Das ist vielleicht oft sogar besser, wenn das zeitlich einfach ein bisschen versetzt ist, damit einfach dieses eine Foto oder dieser eine Text dann einfach mehrfach auf Facebook aufscheint. Punkt Nummer 4. Veranstaltungen erstellen. Sehr gerne werden Veranstaltungen in Gruppen oder in einem Profil erstellt, was ich persönlich eigentlich sehr schade finde, da in einer Gruppe zum Beispiel kann eine Veranstaltung nur von Gruppenmitgliedern gesehen werden, ja, gesehen schon von mehreren, aber zustimmen können nicht mehrere. Und wenn du eine Facebook-Seite hast und die Veranstaltung allerdings in deinem Profil erstellst, dann sorgst du ja wieder dafür, dass die Personen, die User auf Facebook eigentlich wieder zu deinem Profil hingezogen werden und nicht zu deiner Seite. Versuche ja wirklich als deine Seite zu arbeiten und erstelle natürlich auch die Veranstaltung auf deiner Seite. Wenn du zum Beispiel ein Unternehmen hast und einen Tag der offenen Tür machst, dann ist das ja dein Ziel oder dein Sinn einfach, dass hier alle zu diesem Tag der offenen Tür kommen und nicht nur jene, die in einer geschlossenen Gruppe mit von mir aus zehn Mitgliedern sind, ja. Altersgruppe natürlich auch von 18 bis 65 plus. Du willst ja unter Umständen wirklich, dass ein jeder zu deiner Veranstaltung kommt. Wenn du jetzt dann natürlich eine private Geburtstagsfeier machst, dann ist das hier wieder weniger sinnvoll. Nutze die Veranstaltung auf jeden Fall auch. Das heißt, versuche so früh wie möglich die Veranstaltung zu erstellen. Ein Tag vor der Veranstaltung wird nicht wirklich sinnvoll sein. Versuche ja wirklich zwei, drei, vier Wochen, zwei Monate vorher eine Veranstaltung zu erstellen und dann in regelmäßigen Abständen immer wieder Leute einzuladen. Bis zum Tag der Veranstaltung. Und die letzte Woche, die nutzt du sehr intensiv. Hier kannst du dann die meisten Leute zu deiner Veranstaltung noch einladen oder einfach noch jene, die du noch nicht eingeladen hast und auch täglich wirklich etwas in der Veranstaltung drinnen posten. Es reicht auch schon. Hey Leute, in drei Tagen ist es soweit. Punkt Nummer fünf. Ein Video ist besser als ein Foto und ein Foto ist deutlich besser als ein Text. Wenn man nur einen Text postet, der verschwindet sehr gerne in der Timeline, weil er einfach unter den vielen Fotos untergeht. Wenn du jetzt zu deinem Text jetzt auch noch ein Foto dazu postest, wird das einfach optisch wahrgenommen und die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass der Inhalt der Text dann dazu auch gelesen wird. Wenn du natürlich jetzt auch noch die Möglichkeit hast, ein Video zu erstellen, noch besser. Leute sehen sich immer mehr Videos an und ja, das soll ja auch gut für deine Seite sein. Facebook Mentions ist hier wirklich ein tolles Tool, also mit deinem im Moment noch iPhone-Handy und dem Seitenmanager kannst du auch eine Live-Übertragung starten. Wenn Video nicht so deines ist und du willst vielleicht auch nicht hochwertige oder extrem aufwendige Videos schneiden usw., nutze auch die internen Tools von Facebook, wie zum Beispiel das Fotokarussell oder die Slideshow. Hier kannst du drei bis sieben Fotos hinterlegen und ja, zu einem kleinen Video von Facebook selbst erstellen lassen. Versuche auf jeden Fall auf Facebook authentisch und passend zu sein. Das klingt jetzt vielleicht ganz einfach oder banal, aber ist vielleicht am Anfang gar nicht so einfach für dich. Steckt auf jeden Fall auch etwas Übung dahinter. Authentisch sein bedeutet auf jeden Fall, dass du dich für Facebook und natürlich auch für andere soziale Medien nicht verstellen sollst. Wenn du so der klassische Gin- und Turnschuhe-Typ bist und nur Facebook-Selfies mit Anzug und Krawatte magst, wird man dich wahrscheinlich nicht ernst nehmen. Die User sollen ja dich und dein Unternehmen ja auch wiedererkennen. Wenn du Sachen auspackst, dann liegt einfach mal Müll herum. Achte natürlich darauf, was herumliegt. Passend bedeutet auf jeden Fall, dass es zu deiner Person oder zu deinem Unternehmen passt. Ein Making-of-Foto zum Beispiel passt zu einem Fotografen ganz gut oder ein Vorher-Nachher-Bild zu einem Model oder ein klassisches Behind-the-Sin-Foto. Wenn du jetzt allerdings zum Beispiel ein Autohändler bist und du postest auf deiner Facebook-Seite dein neues Fahrrad, das du dir gekauft hast zum Einkaufen fahren oder zum alltäglichen Erledigungen zu machen, dann wird das wahrscheinlich eher kontraproduktiv sein für deine Seite. Punkt Nummer 7 oder Tipp Nummer 7 ist die Regelmäßigkeit. Sehr oft wird mir die Frage gestellt, was denn die beste Uhrzeit sei, um ein Facebook-Posting online zu stellen. Tja, da sage ich dann meistens dazu, gut, die Uhrzeit ist das eine. Kannst du auf deiner Facebook-Statistik sehen, wann die meisten Leute zugreifen und so weiter. Da kann man sich ein bisschen vertiefen rein. Ist okay, ja. Was sind die Uhrzeit? Natürlich, wenn du klassische Ladenöffnungszeiten von 9-to-5 hast, dann wird es wahrscheinlich sinnlos sein, wenn du um 21 Uhr ein Foto online stellst, was es heute bei dir im Geschäft gab. Da ist es doch eher besser, wenn du in der Früh postest, was es dann tagsüber bei dir gibt. Viel wichtiger meiner Meinung nach ist die Regelmäßigkeit. Poste regelmäßig auf deiner Facebook-Seite oder in sozialen Medien. Regelmäßig heißt nicht einmal im Monat oder einmal im Jahr. Das ist definitiv zu wenig. Ist zwar auch regelmäßig, aber zu wenig. Versuche hier wirklich eine Regelmäßigkeit zu erstellen, wenigstens einmal in der Woche. Man nimmt zum Beispiel den Montag her und Montag stellst du deine ganzen Termine und Projekte für diese Woche vor. Besser natürlich ist es, wenn du wirklich regelmäßig auf täglich oder jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag ausweitest. Es funktioniert dann wirklich gut. Und Leute werden das gewöhnt. Deine User freuen sich dann schon und sagen, okay, Montag 8 Uhr früh, jetzt postet XY wieder etwas. Das dauert eine Zeit lang, aber es funktioniert. Tipp Nummer 8 ist eine Geschichte erzählen. Ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte. Stell dir vor, du druckst dir ein Foto aus, bist Fotograf, ja, druckst dir ein Foto aus, 9 mal 13, viel größer ist das auf Facebook auch nicht, und stellst dich am Hauptplatz deines Ortes oder deiner Stadt einfach hin und wartest. Tja, das ist auch schon das Ende der Geschichte. Genauso machen es viele Leute, aber auch mit ihrer Facebook-Seite. Sie posten einfach irgendetwas, einfach ein Foto, schreiben nichts dazu, machen nichts. Sie stellen es einfach auf ihrer Seite online. Was passiert? Naja, nicht viel wahrscheinlich. Mit viel Glück wird einer mal irgendetwas dazuschreiben. Gut, aber das war's auch schon, ja. Versuch eine Geschichte dazu erstellen. Wenn du zum Beispiel ein Making-of-Foto magst von einem Shooting, dann schreibe auch dazu, kleiner Making-of-Einblick zum Shooting mit XY und so weiter. Hier kann man ihn auf Personen markieren und so weiter und so fort. Oder du kannst das natürlich noch weiter ausweiten und sagen, okay, du gründest jetzt da gerade eine Firma, dann nutze Facebook schon vom ersten Tag deiner Firmengründung aus. Das heißt, Unterzeichnung des Mietvertrags, Info, dass du ab heute selbstständig bist, das heißt, einen Gewerbeschein zum Beispiel gelöst hast, das jetzt da, dass du dir ein Gebäude angesehen hast, ein Studio, ein Lokal, was auch immer, dass du den Mietvertrag unterzeichnet hast, die ersten Fotos vom Umbau oder Ausbau, Fassade wurde beklebt, Deko, Malerarbeiten, Einrichtungen, keine Ahnung. Nutze wirklich das komplette Programm. Die User auf Facebook sind irrsinnig, naja, wie soll ich sagen, begeistert oder einfach, naja, einfach geil drauf, Geschichten von dir zu hören und dein Leben mitzuerleben. Das Ganze wird natürlich hochinteressant bei klassischen Crowdfunding-Kampagnen und so weiter. Hier geht es wirklich darum, von Anfang an eine Geschichte zu erzählen und wirklich deine User und deine zukünftigen Kunden natürlich mit in dein Leben einzubauen. Als Fotograf kannst du durchaus auch hergehen und mal ein Posting vom Zusammenpacken deiner Ausrüstung machen. Du sagst, okay, jetzt habe ich das und das zusammengepackt oder einfach einen Überblick, so viel Ausrüstung für diesen einen Auftrag und so weiter, ein kleines Making-of vorher oder Anreise zum Shooting und dann vielleicht ein kleines Vorschaufoto und dann ein, zwei Tage vielleicht ein finales Foto und überall Foto, Text, etwas dazu erzählen. Tipp Nummer 9 richtet sich vor allem an den Text, den du bei einem Posting dazu schreibst und hier sollte meiner Meinung nach unbedingt ein Homepage-Link oder einfach weitere Links dabei sein. Du sollst einfach versuchen, die Benutzer weiter in dein Geschehen einzubinden. Das heißt, du machst ein Facebook-Posting und in diesem Facebook-Posting schreibst du den Link zu deiner Homepage dazu oder zu deinem Instagram-Account. Wenn jemand auf deine Homepage kommt, dann kannst du auch einen Link auf deiner Homepage oder zu diesem Blog-Eintrag oder auf dieser Seite auch einen Link zu deiner Facebook-Seite oder deinem Instagram-Account wieder hinzufügen. Das sorgt einfach dafür, dass die Personen immer wieder, egal wo sie hinklicken, immer wieder zu dir und deinen Produkten oder zu deinem Unternehmen kommen. Punkt Nummer 10 Personen einladen. Ja, jetzt ist es endlich soweit. Jetzt hast du schon eine Seite, hast deine 25 von mir aus 50 Gefällt-mir-Angaben, du hast schon einige Postings drinnen, es ist schon einiges passiert, du hast die Seite von mir aus schon ein paar Tage, ein paar Wochen, alles ist super toll gefüllt und es ist schon Inhalt auf der Seite, jetzt da kannst du wirklich die Chancen nutzen und Personen einladen. Hausnummer, du hast 400 Freunde auf Facebook, dann lade ruhig alle 400 Freunde zu deiner Seite ein. Jetzt kannst du auch aktiv in Gruppen hineingehen, die zu deinem Thema natürlich auch passen, und sagen, ja, liebe Gruppe, ich habe jetzt eine Facebook-Seite, mein Name ist XY, ich mache A bis Z und weitere Infos findest du auch auf meiner Facebook-Seite. Jetzt kannst du wirklich anfangen, Fans zu generieren und Fans zu finden. Ein kleiner Tipp hier noch dazu, du bekommst auf Facebook im Normalfall auch Benachrichtigungen, dass jemand einen Beitrag von deiner Seite oder ein Foto oder ein Video mit Gefällt mir markiert hat, natürlich immer mehr, wenn du vorher darauf Personen markiert hast und so weiter und in anderen Veranstaltungen gepostet hast und das kannst du auch nutzen und diese Personen, die deine Seite noch nicht mit Gefällt mir markiert haben, auch hier auf die Gefällt mir Angaben klicken und dann kannst du diese Personen auch auf deine Seite einladen. Das waren jetzt da 10 Tipps für deine Facebook-Seite und ich möchte dir jetzt da auch noch einen 11. Tipp geben. Und dieser Tipp heißt, nicht immer alles auf einmal. Es ist gar nicht so unwichtig und das machen sehr viele eigentlich so, was ich sehr schade finde. Wenn du zum Beispiel jetzt da eine Veranstaltung hattest, zum Beispiel du hast einen Textilhandel und hattest eine Modenschau in deinem Geschäft, dann wird meistens die Veranstaltung stattgefunden und wenn die Veranstaltung vorbei ist, dann werden mal schnell mal 50 bis 100 Fotos auf einmal online gestellt. Ja, das verbufft aber sehr schnell. Das kann sein in 12 bis 24, maximal 48 Stunden und dann hast du eigentlich das komplette Pulver auf einmal verschossen. Schade. Geh wirklich her, nehmen wir jetzt da wieder diese Modenschau in deinen Textilunternehmen, geh einfach her und poste am Tag der Veranstaltung ein Foto von der Veranstaltung, wo du reinschreibst, okay, der Saal füllt sich, schon viele Teilnehmer, wer noch Lust hat, kann auch schnell vorbeikommen. Nach der Veranstaltung kannst du noch ein Foto posten und sagen, vielen Dank an alle Besucher für die tolle Teilnahme, hier machst du ein Foto, wo möglichst viele Leute oben sind und ja, das war es dann mal. Nächsten Tag in der Früh kannst du hergehen und schon von mir aus die ersten 10 oder 20 Fotos online stellen und auch Personen darauf markieren und so weiter, also Punkt 1 bis 10 jetzt nutzen und dann wartest du wieder einen Tag und dann stellst du wieder die nächsten 10 bis 20 Fotos online und du musst nicht alle 200 Fotos online stellen. Wenn du jetzt da 200 Fotos auf einer Veranstaltung zum Beispiel hast, dann stelle den Rest auf deine Webseite und verlinke die dann wieder auf deiner Facebook-Seite. Wenn du jetzt zum Beispiel Fotograf bist und du hattest ein Fotoshooting, wo 5 finale Fotos entstanden sind, dann kannst du hierher gehen und jeden Tag ein finales Foto posten. Du markierst das Model drauf, du markierst die Visagistin drauf und die Location und so weiter und alle anderen Beteiligten und hast dann somit, ja, bei 5 finalen Fotos ist das eine komplette Arbeitswoche. Jetzt hast du aber vielleicht sogar 2 Shootings gehabt in dieser Woche, ja, dann hast du ja schon für 10 Tage Bildmaterial, das du posten kannst. oder, noch besser, für natürlich 5 Tage jeweils 2 Fotos pro Tag. Ist ja auch eine tolle Sache. In diesem Sinne, viel Spaß mit deiner Facebook-Seite. Bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.